Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu RoboCraft. Heute baue ich allerdings nur in diesem Video, es wird endlich mal wieder eine kleine Speedbuild-Montage und zwar baue ich mir einen Tier 3 Roboter. Denn ausgerechnet für Tier 3 habe ich noch keinen und das soll sich jetzt endlich mal ändern. Ich hoffe ihr habt viel Spaß mit dem Video und der Musik, die gleich folgen wird. Wir sehen uns in der nächsten Ingame-Runde bzw. hören uns. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.